Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich brauche zwei Zugtickets. Wo soll es denn hingehen? Mein Mann und ich möchten gern nach Stuttgart fahren. In Ordnung. Wann möchten Sie denn nach Stuttgart fahren? Am Samstag. Diesen Samstag? Ja, genau. Also Hinfahrt am 18.12.2020. Von Berlin Hauptbahnhof? Ja, vom Hauptbahnhof. In Ordnung. Also am 18.12.2020 von Berlin Hauptbahnhof nach Stuttgart Hauptbahnhof für zwei Erwachsene. Wann möchten Sie zurückfahren? Das weiß ich noch nicht so genau. Also wir besuchen unsere Tochter in Stuttgart und sie weiß noch nicht, ob sie am Dienstag noch Urlaub bekommt. Wenn nicht, dann fahren wir am Montagnachmittag wieder zurück. Aber wenn sie Urlaub bekommt, dann würden wir gern erst am Dienstagnachmittag nach Hause fahren. Geht das? Das ist kein Problem. Es gibt sogenannte Flex-Tickets. Die sind eine ganze Woche gültig und Sie können jeden Zug dieser Verbindung nehmen. Das ist prima. Dann nehmen wir zwei Flex-Tickets. Möchten Sie Sitzplätze reservieren? Kostet das extra? Ja, für die Reservierung fallen pro Person und pro Fahrt vier Euro Gebühren an. Das wären dann insgesamt 16 Euro. Benötigen wir denn eine Reservierung? Wissen Sie, ob der Zug sehr voll ist? Das kann ich Ihnen nicht vorhersagen. Na gut, dann nehmen wir lieber eine Sitzplatzreservierung. Bitte nebeneinander. Möchten Sie in einem Großraumwaggon oder in einem Abteil sitzen? Ein Abteil wäre schön. Da ist es ruhiger. Am Fenster oder am Gang? Am Fenster, bitte. Alles klar? Habe ich für Sie gebucht. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, unseren Hund, den Chico. Den würden wir auch gern mitnehmen. Wie groß ist Ihr Hund? Das ist ein kleiner Chihuahua. Der sitzt dann auf meinem Schoß. Das wird nicht möglich sein. Ihr Hund muss in einer Box- oder Transporttasche sein. Nur dann dürfen Sie den Hund in den Zug mitnehmen. Was? Oder Sie legen ihm einen Maulkorb an. Das geht auch. Einen Maulkorb? Für einen Chihuahua? Nein, auf keinen Fall. Sehen Sie, wir müssen auch für die Sicherheit der anderen Passagiere sorgen. Und es gibt eben auch Menschen, die Angst vor Hunden haben. Und auch die sollen sich wohlfühlen. Hm. Okay, das verstehe ich. Dann werde ich eine schöne Stofftasche besorgen. Ist das in Ordnung? Ja. Sie müssen allerdings darauf achten, dass die Tasche komplett mit einem Reißverschluss zu schließen ist, sodass der Hund nicht einfach rausspringen kann. Darauf werde ich achten. Alles klar. Dann buche ich noch ein Ticket für Ihren Hund dazu. Mein Chico bekommt ein eigenes Ticket? Ja. Hunde bekommen das ermäßigte Kinderticket, da sie ja keinen Sitzplatz benötigen. Das klingt logisch. So. Hier sind Ihre Tickets. Das macht dann zusammen 63 Euro. Das ist ja günstig. Da hätten wir ja viel mehr bezahlen müssen, wenn wir mit dem Auto gefahren wären. Mein Mann wollte mir das nicht glauben. Und außerdem schonen Sie noch die Umwelt. Das ist doch super. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020